In nur zwei Tagen soll eine neue Verordnung im Umgang mit Corona in Kraft treten. Verblüffend ist nur, dass es eine solche noch gar nicht gibt und somit kein Mensch weiß, was uns am Freitag erwarten wird. Mit einer Gerüchteküche können weder Bürger noch Betriebe planen und leben. Es sollte endlich Nägel mit Köpfen gemacht werden, viele andere Länder zeigen es vor und lassen alle Maßnahmen fallen. Was dieser ganze Schmarrn an Maßnahmenchaos in Österreich geholfen hat, sieht man an den Zahlen, nämlich gar nichts. Das sagt der freiheitliche Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak. Kaniak kritisiert ÖVP und Grüne scharf und nennt das Vorgehen ein emotionsloses Versagen. Dieses ziehe sich nun schon seit über einem Jahr wie ein roter Faden durch Österreichs Innenpolitik und Gesundheitssystem, führte er weiter aus. Diesem erbärmlichen Schauspiel an politischem Unvermögen müsse schnellstmöglich ein Schlusspunkt gesetzt werden, sagt Kaniak. Dazu komme, dass ÖVP und Grüne gerade einmal ein Drittel der Wähler hinter sich versammeln können. Tendenz fallend. Nur die freiheitliche Partei stehe noch hinter den Bürgern und Gewerbetreibenden ohne Wenn und Aber, so Kaniak. Die Gesundheits- und Sozialpolitik darf in Österreich nicht noch weiter begrünt werden. Wir benötigen rasch wirksame Maßnahmen gegen den Personalmangel in den Spitälern und in der Pflege, verbunden mit angemessenen Gehältern und einem raschen Ausweg aus der Teuerungsfalle, forderte Kaniak weiter ein.